Geschichte 5 Das Geheimnis des verborgenen Zauberwaldes Es war einmal ein kleiner Junge namens Max, der eine große Liebe zur Natur und zu Abenteuern hatte. Jeden Tag erkundete er den Wald in der Nähe seines Hauses und entdeckte dabei immer wieder neue Geheimnisse. Doch eines Tages hörte er von einem Ort, der noch magischer und geheimnisvoller sein sollte als alles, was er je erlebt hatte, dem verborgenen Zauberwald. Max konnte vor Aufregung kaum einschlafen. Er stellte sich vor, wie dieser geheimnisvolle Wald aussah und welche wundersamen Wesen darin lebten. In seinen Träumen malte er sich eine fantastische Welt aus, in der Bäume sprechen konnten und Elfen durch die Lüfte schwebten. Eines Mondscheinnacht, als die Sterne besonders hell leuchteten, entschied Max, dass es an der Zeit war, den verborgenen Zauberwald zu finden. Er schnappte sich eine Taschenlampe, packte einen Rucksack mit Proviant und machte sich auf den Weg. Als Max den Wald betrat, spürte er sofort eine verzauberte Atmosphäre. Das Blätterdach der Bäume ließ nur ein schimmerndes Licht hindurch, und der Geruch von Moos und Blumen lag in der Luft. Max folgte einem geheimnisvollen Pfad, der sich zwischen den Baumstämmen hindurchschlängelte. Plötzlich hörte Max ein leises Flüstern. Er drehte sich um und sah eine kleine Eule auf einem Ast sitzen. Willkommen im Zauberwald, Max, flüsterte sie. Nur diejenigen mit einem reinen Herzen können diesen magischen Ort finden. Folge dem Licht der Glühwürmchen, und es wird dich zum Herzen des Waldes führen. Max war begeistert und folgte den kleinen Glühwürmchen, die wie funkelnde Sterne den Weg leuchteten. Sie führten ihn durch dichtes Unterholz, über einen klaren Bach und hin zu einer Lichtung, auf der ein majestätischer Baum stand. Es war der Baum der Weisheit. Der Baum der Weisheit sprach mit einer tiefen und sanften Stimme zu Max. Du bist ein wahrer Entdecker und dein Herz ist rein, sagte er. Ich werde dir das Geheimnis des Zauberwaldes enthüllen. Hier leben Wesen der Fantasie wie Einhörner, Feen und Zwerge. Sie bewahren den Zauber des Waldes und schützen die Natur. Max war überwältigt von dieser Offenbarung. Er fühlte sich geehrt, Teil dieser magischen Welt zu sein. Der Baum der Weisheit erzählte ihm von einem wichtigen Auftrag, er sollte den Menschen da draußen von der Schönheit des Waldes erzählen und sie dazu inspirieren, die Natur zu schützen. Mit einem neuen Sinn für Abenteuer und Verantwortung trat Max den Heimweg an. Er wusste, dass er nicht nur die Natur liebte, sondern auch die Verantwortung hatte, sie zu bewahren. Von nun an würde er seine Freunde und seine Familie dazu ermutigen, den Zauberwald zu erkunden und sorgsam mit der Umwelt umzugehen. Max kehrte voller Begeisterung in sein Dorf zurück und erzählte allen von seinem Abenteuer im Zauberwald. Er lud sie ein, gemeinsam mit ihm den Wald zu erkunden und die Wunder der Natur zu entdecken. Gemeinsam mit seinen Freunden organisierte er regelmäßige Ausflüge, bei denen sie die Schönheit des Waldes erleben und lernen konnten, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schützen. Sie pflanzten Bäume, sammelten Müll auf und bauten Nistkästen für Vögel. Max und seine Freunde lernten von den Wesen des Zauberwaldes, wie sie die Natur respektieren und achten konnten. Jeder von ihnen trug seinen Teil dazu bei, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Mit der Zeit verbreitete sich Max Begeisterung für den Zauberwald im ganzen Dorf. Die Menschen erkannten, dass der Schutz der Natur von großer Bedeutung war, nicht nur für sie selbst, sondern auch für kommende Generationen. Gemeinsam schafften sie es, den Wald und seine Bewohner zu bewahren und zu schützen. Max wurde zu einem Helden in seiner Gemeinschaft. Seine Geschichten und Abenteuer im Zauberwald inspirierten andere Kinder und Erwachsene, sich für den Naturschutz einzusetzen. Sie organisierten gemeinsame Aktionen, um den Wald zu pflegen und die Natur in ihrer Umgebung zu schützen. Und so endet die Geschichte von Max und dem verborgenen Zauberwald. Gute Nacht, meine lieben Kinder, und mögen eure Träume euch in aufregende Abenteuer führen. Denkt daran, dass jeder von euch die Macht hat, die Welt zu verändern und die Natur zu schützen. Träumt süß und lasst eure Fantasie euch zu einer Quelle der Inspiration werden.